Was geht, Freunde da aus, Matt? Wir switchen rüber und let's rocken. Was ist das? Spiel Slender... Slender-Tubbies? Oh mein Gott. Ich muss schon sagen, ich finde es schon sehr, sehr krank, dass Netflix Teletubbies ins Programm aufgenommen hat. Teletubbies-Spiel, Alter. Gibt es das Spiel wirklich? Oh Gott, no! Ey, die Teletubbies sind Angstein vor Flößern als der Slenderman. Und dann kombiniert... Alter. War das gerade Freddy? Ich hatte schon Angst, obwohl da noch nichts zu sehen ist. Natural Reality ohne Brille, geil. Und schon ist das Schloss kaputt. No, no, I can do this. I, I'm a man. Oh, Luke. Hello there. Oh, alter, geil. Look at those arms. I bet he gives wonderful hugs. Oh, no! No! Teletubbies, die einen töten. Das ist geil. Horror-Tubbies. Man kennt es. Ich brauche auch unbedingt so einen Monitor. Stellt euch mal vor, es wurde ja jetzt irgendwas erfunden, dass man Gerüche in Spiele wahrnehmen kann. Ich dachte mir nur so, okay, dann möchte ich mit diesen Geräten aber nie Dying Light 2 spielen. denn ich habe keinen Bock, die ganze Zeit Leichen zu riechen. Oh. Let's go. Was ist das überhaupt für ein Teletubbies, man? Das sieht aus wie ein Gorilla, man. Slender Gorilla, das ist geil. Was! Bin, Bong, Ding, Dong, hier kommt mein Ding Ding. Was! Ok. Ah, no, you don't! Ahhhhh. Junge, was ist mir hier verkehrt, alter! Mario Stabila als SMG. Was ist das für ihn, alter? Ja, verdrehen muss man keine Angst haben. Oh, okay, aber wenn du mal triffst, dann triffst du. Gut, so langsam wie da ist, können wir es wirklich klappen. Was haben jetzt die Füße damit zu tun? Oh, krasser Stil, Seiten zu wechseln. Oh, oh, jetzt sind die ja wieder da unten. Oh, 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 Junge, er überventiliert schon. Oh, 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 oh. Hahahaha! Er hat sich wegradiert! Oh nein! Spongebob wird sich freuen! Oh, das ging aber schnell! Ja, ja! Minecraft ist einfach, oder? Hä? Jetzt ist es wirklich Minecraft? Das ist doch schon ein verrücktes Spiel, man! Oh, sweet! Minecraft! Nein! Minecraft-Tapi! Ist einfach ein plopfer Monitor! Oh, Mario, can we stop playing? I can't take it anymore! Hey, I know what'll cheer you up! Oh? Oh, yeah! Ja, das ist sehr aufmunternd! Das ist ja schlimmer als... Oh! Das ist nicht gut! Ich will auch so ein Monitor, Alter! Einfach alles, was dir ins Spiel passiert, passiert dir in echt! Mario! Mario, don't leave you all alone! Avenge me! Oh, der ist auch deformiert, Alter! Ah, jetzt wird er für immer mutig, hä? Man kennt das aus jedem klassischen Film! Hä? Das ist nicht... Was? Die ganzen krabben Gruppen? You were supposed to... Avenge me! Okay, war doch nicht wie in jedem klassischen Film, dass er jetzt auf Mut macht und sich recht... Was ist der Sinn von diesem Spiel? Von Deletubbies abhauen? Und in Bugs springen? Okay. Ja, und dann stehst du ewig da drin jetzt, oder was? I'm gonna... I'm gonna be all up in those feet. Oh, I'm gonna just be... Oh, oh! Oh, der ist Kopf los! Sh, sh, sh. He's asleep. Hallo! Aw, I'm looking for... Eche. Oh horrible, greifach Das kann monervotels! Evasuse du rame, blabladrτάrik Ну, du drab Blabrack better our back e rubato soak. Shut the hell up! F*** Don't kill yourself, soli in middle of the road You sleep in the middle of the road Oh, oh, oh well, if it's broken I guess we can't play it anymore, huh? Ugh! Such an ih pouco mit jedem lapzauw Don't kill yourself, go sit in middle of the road And let a car verz... Okay, this is the one. Ja, der ist sowieso arschlangsam. Ja, der steht vollkommen am Rad. Ja, der würde dich aber auch blöd gucken. Oh, Renten gegen Baum. Man kennt das aber in Spielen, du musst wegrennen oder willst nach hinten ausweichen, weil vor dir irgendwas ist oder musst in irgendwelchen Fight-Spielen nach hinten ausweichen, was weiß ich, ausweichen, ausweichen und du bleibst an ein Stück Wurzel von einem Baum hängen. Kennt man. Du hast ja den ganzen Baum gerannt, aber okay. Das ist ja gar nicht mehr. Äh? Lass! Mario, dreht durch! Der steht nur da und schreit schon! Die kommen wie ans Ziel, Alter! Ich denke, SMG hatte sehr viel Spaß! Oh mein Gott! Ja, das ist gut! Das war mal verdammt witzig, Alter! Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen, wie mir in Disney verabschiedet. Ich bin damit raus! 2 4 5 5 功 有一